Sofort! Das heißt, ich kann das bisschen den ja da anzapfen. Das heißt, ich kann das bisschen den ja da anzapfen. Das heißt, ich kann das bisschen den ja da anzapfen. Das heißt, ich kann das bisschen den ja da anzapfen. Gut. Die Rune ruft. Wird sofort ausgeführt. Und noch mehr Erfahrungspunkte. Das Tor ist aber noch geschlossen. Wahrscheinlich, weil hier noch ein Schallager steht. Die Rune ruft. 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 Hier war auf jeden Fall noch ein Lager. Oder mal gucken, was hier oben ist. So, Lenya wird gesammelt. Da kann ich nämlich mal meine Wandererinnen upgraden. Und ja, bis jetzt komme ich ohne Heiler ganz gut klar. Ich hätte gedacht, dass es schwieriger wird. Aber wie gesagt, ich habe nicht das Läden ja für Heiler. Und die Zwergenheiler sind leider nicht ganz so praktisch. Geht es los? Wer ruft mich? Ja, warten wir darauf, dass ich die Wandererinnen upgraden kann. So gesehen finde ich die Windschützen immer noch besser als die Wandererinnen. So, jetzt kann ich die upgraden. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Und kann noch fünf holen. Mein Ifrit ist in Sicherheit. Gut. E-Tiles leer. Oh, ist ein starker Schild. Da. Diese Hülle scheint den Echsenmenschen als Lagerraum gedient zu haben. In den Trügen befinden sich Vorräte und frisches Fleisch. Fleisch mitnehmen. Verteidigt euch! Zur Seite! Vorsicht! Werteidigt euch! Wo sich mein avatar retten? Ihr seid schwach. Zeit zu sterben. Hilf auch mit uns. Endlich wieder kämpfen. Elends Segen. Mein Bogen für die Ruhne. Nie teilst du mich rächen. Hier bin ich. Die Ruhne ruft. Wehrt euch, Schwestern. Auf den Weg. Kämpft. Auf mein Kommando. Mir nach. Vorwärts. Quest Buch. Kämpft euch vor bis zum Portal in den Schlund des Dschungels. Ihr habt die Grenze überwunden. Nun müsst ihr das Portal erreichen, das euch in den Schlund bringt. Den Zugang zum Herz des schwarzen Dschungels. Mir nach. Und los. Ich höre. Ja, und ich dachte, das Tor hier öffnet sich jetzt für uns. Vorwärts. Vorwärts. Mir nach. Und los. Ich habe das doch jetzt hier nicht aus Versehen irgendwie verbuggt, oder? Ja. Nein, es kommt eine Katze ziehen. Achtung! Truppen des Kaisers! Sie fallen uns in den Rücken! Krieger! Zurück! Bildet einen Schildwall! Ich bin nicht euer Feind, Runenkrieger. Das solltet ihr inzwischen wissen. Ich bin hier, um meine Kaiserin nach Empyria zu geleiten. Mich? Oh nein. Nein. Ich bin eine Diebin. Ich kann doch kein Reich regieren. Empyria braucht seine rechtmäßige Kaiserin. Ihr könnt vor eurer Herkunft nicht fliehen, Alia. Hm. Urias hat gesagt, ich könne nicht immer nur weglaufen. Dieser Dummkopf. Vielleicht solltet ihr euch seinetwillen dieser Aufgabe stellen, Majestät. Ja, das hätte er wohl so gewollt. Hatai! So hat also doch jemand Rabenhars Herz gewonnen. Geht, Alia. Seid den Menschen eine gute Kaiserin. Wohin ich gehe, wartet nur tot und vergessen. Lebt wohl, Freund. Empyria wird sich an euch erinnern, das schwöre ich. Hauptmann, wir reisen nach Empyria. Wie ihr wünscht, Kaiserin. Rabenhars hat ihr Schicksal gefunden. Nun ist es an euch, das eure zu vollenden, Runenkrieger. Mein Weg ist hier zu Ende. Ich werde mit meinen Jägern die Feste sichern. Ihr aber müsst nun ins schwarze Herz des Dschungels hinein, wo der maskierte Tod auf euch wartet. Ja, Zeit, sich dem Zirkel zu stellen. Ich greife an. Ja. Und so sind wir wieder alleine. Also, ohne Jengkai und ohne Alia. Auf meinem Befehl. Vorwärts. Sofort. Aber wir werden nicht lange alleine sein. Sofort. Und los. Sofort. Mir nach. Wo ist der Feind? Bereits. Feindlicher Angriff. In die Schlacht. Feindlicher Angriff. Sie sind überall. Feindlicher Angriff. Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Sie kreisen uns ein! Oh, kommt nur her! Ja, sofort! Es sind zu viele! Hier! Nie teilst du mich rutschen! Es sind zu viele! Und los! Das Tier! Okay! Auf mein Zeichen! Für die Freiheit! Feindlicher Angriff! Schließt die Reihen! Zurück mit euch! Haltet durch, Männer! Geht es los? Vorwärts, Zwerge! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Hey, da ist Quake! Was soll ich tun? Sie kreisen uns ein! Kommt mit festem Schritt voraus! Stehe bereit! Alles klar! Alles klar! Ich höre! Aus dem Bild! Ihr seid schwach! Aus dem Bild! Das ist euer letzter Fehler! Zur Seite! Tatsächlich hört der Respawn auch irgendwann mal auf! Ja! Mehr davon! Ich höre! Es sind zu viele! Zur Seite! Ja! Die Rune befiehlt zu Befehl! Nicht mehr! Zur Seite! Und dann kann's die Feind, dass das aus der Reihenfolge uswählen wird! Ich höre! Und das ist das Schlaf! Und ich höre! Und ich höre! Ich höre! Vielen Dank.